Die Taucher aus ganz Mitteleuropa sowie den kleineren Samarangasee. Besonders der Letztere kann durch seine unterseeische Speisung eine Wasserklarheit aufweisen, die ihresgleichen sucht. Einmal jährlich organisiert Scuba Viva Zürich und Winterthur ein Tauchwochenende an diesem besonderen Blatt, den jeder passionierte Taucher mindestens einmal in seiner Taucherkarriere gesehen haben sollte. Selbst weitgereiste Taucher sind begeistert von der Einzigartigkeit dieser beiden Seen. Die vorhandene Infrastruktur sowie die einfachen Einstiege machen das Tauchen hier zu einem richtigen Vergnügen. Schon beim Abtauchen fällt einem die unglaubliche Klarheit der Gewässer auf. Unter Wasser kriegen alte Baumstämme das Bild. Über Jahrzehnte angesammelt erzeugen sie das skurrile Bild von Riesen-Mikadus. Das kalte Wasser präserviert die Baumstämme, welche mit einer speziellen Alge überwachsen sind. Es sieht fast so aus, als wären sie in Zuckerwatte eingehüllt. An tierischem Leben haben die Seen nicht allzu viel zu bieten. Dafür ist das Lichtspiel zwischen Sonne und Schatten umso beeindruckender. Es ist ein absolutes Märchenland, das da unten auf uns wartet. Und das nicht nur für Unterwasserfoto- und Videografen. Übernachtet wird während dieses Wochenendes im schönen Schloss Fernsteinsee. Die gemütlichen Zimmer und das äusserst leckere Essen leisten ihren Teil zum Wohlbefinden und zur Zufriedenheit unserer Taucher. Nicht zu vergessen die gewohnt entspannte Atmosphäre untereinander. Na, Lust bekommen beim nächsten Fernsteinsee-Wochenende mit dabei zu sein? Dann melde dich gleich heute noch bei uns an. Wir freuen uns auf dich! º 2. Untertitelung des ZDF, 2020